Moin Leute, heute wollte ich euch den Walther Compact Knife Sharpener vorstellen, das ist ein Messerschärfer mit zwei Seiten, ja, kleines Ding, große Verpackung und ich habe hier ein altes Messer mir ausgesucht, das ist nicht mehr besonders scharf und ich versuche mal es mit diesem Messerschärfer zu schärfen und möchte herausfinden, ob der was da ist. oder eben nicht, aber ich denke mal, da das ganze hier von Walther kommt, scheint das schon ein gutes Produkt zu sein. Hier ist es schon, hat eine kleine Kette hier dran, dass man den sich irgendwo befestigen kann oder weghängen, das ist Kunststoff mit gummierten Flächen, das heißt man kann den sich einfach auf den Tisch stellen, festhalten und dann hier wahrscheinlich das Messer durchziehen. Hier auf der Verpackung steht, dass einmal Keramikeinsätze drin sind für einen groben Vorschnitt und Kabitstäbe auf der anderen Seite für einen sauberen Nachschnitt. Hier die Keramikstäbe, hier die Kabitstäbe. So, jetzt werde ich mal dieses Messer schärfen und schauen, ja, wie sich dieser Schärfer so schlägt. Erst einmal Vergleichstest, ja, schneidet nicht, reißt nur, absolut nicht scharf. Die Klinge ist eindeutig wieder scharf. Das Messer besteht hier eindeutig den Papiertest sowie den Rasiertest, nenne ich es mal. Und ich kann abschließend sagen, wenn der Messerschärfer in der Lage ist, dieses alte Messer, ja, ich sag mal Rasiermesser scharf zu machen, dann schafft er das bei jedem Messer. Also dieses Produkt bekommt von mir auf jeden Fall einen Daumen nach oben. Und das ist das haltet das Gleiche an, was ich schon mal. Und das ist alles, was ich glaube, dass ich die Schärfer in der ganzen Welt, was ich will. Und das ist das, was ich dann noch mal ja? Daher, was ich nicht zu mir sagst, was ich jetzt noch mal achte. Also, es ist das haltet das Ventilver. Vielen Dank.